hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's change ich weiß jetzt nicht ob es die 73 ist oder die 74 ich denke er letzteres ja ich habe schon lange nicht mehr gespielt auf dieser welt und ich glaube ich bin das letzte mal hier beim bauen stehen geblieben und habe ich glaube auch erwähnt dass es dass man mir tipps geben soll wie ich das nur verbessern soll jedoch kann ich mich nicht mehr daran erinnern was dazu geschrieben wurde deswegen versuche ich jetzt das beste aus dem hier zu machen und ich muss ehrlich sagen so dass mit dem herausstehenden sie ein bisschen komisch aus vielleicht könnte man das ja trotzdem so grob lassen also jetzt nicht nur so sondern dass wir jetzt sound vielleicht ein bisschen höher stellen ja ich habe auf easy gestellt bleibt so also dass wir hier schlimm fortune alles gut dass wir hier jetzt noch eine treppe hin machen diese treppen drauf das sind ja schon treppen das ist dann so eine art wie nennt man das krempe oder so krempelnder art oder machen so ein zwiebeldach hin so ein bisschen an an el pueblo projekt anlehnen ja wenn ihr nicht wisst was ich mit el pueblo meine dann ja schaut mal meine anderen let's plays da spiele ich nämlich schon auf dem server und da leben wir in einem dorf oder ich habe mit freunden ein dorf gegründet besser gesagt auf einem server und dieses dorf ist sehr erfolgreich will ich mal sagen also wir haben sehr viele bewohner wir sind jetzt glaubt bei knapp über 60 bewohner und ungefähr die hälfte davon spielt aktiv relativ aktiv im dorf mit also ist schon heftig was so und mir wurde gesagt dass ich jetzt dass es aufgehoben wurde dass man nur 30 minuten aufnehmen darf jedoch will ich es immer noch dabei belassen dass ich nur eine halbe stunde spiele weil je länger man spielt umso ja also dann bringt das let's change irgendwie nicht wenn man jetzt drei vier stunden am stück hier auf dem hirn alleine hier spielt das vor aufnimmt aber ja es ist dann für andere jetzt langweilig oder so das ist dann vielleicht ein bisschen dran ich träge das alles anzuschauen so lange und deswegen belasse ich es jetzt so bei knapp einer halben stunde vielleicht wird es auch eine dreiviertel stunde oder so hier ein paar slabs also dass ich jetzt nicht so über längen mache wir noch ein bisschen ordnen und das inventar so leer ist das gefällt mir irgendwie das ist so aber trotzdem haben wir steinwerkzeuge haben wir stein und warum haben wir wurden wurden zeug ist schlimm haben wir keine eisen mehr wir haben doch eisen da können wir uns eisenwerkzeuge machen beispiel noch eine spitzhacke dann brauchen wir garantiert noch eine schaufel und eine axt das kommt hier hin dann schwert habe ich das gemacht das weiß ich nicht mehr das eisen kommt dahin kommt dahin pfeil und bilden brauche ich nicht nutze ich persönlich überhaupt nicht ich bin nicht so ein bürgen schütz ja jetzt würde ich mir treppen machen wird reichen hoffen wir erde und ich habe jetzt zufälligerweise im ordner gefunden also jetzt entdeckt dass es eine map gibt von dieser welt sehr interessant ich habe mir das mal durchgeschaut hoch auflösend ich weiß nicht ob mit welchem mod das gemacht wurde ich glaube ich hatte mal vor ewigkeiten wo ich noch mit minecraft angefangen hat auch mal so ein mod benutzt oder ein plug-in wenn sie ob das direkten mod war hilfe wo das könnte knapp dann mit den leitern und ja ich bin jetzt mitten in den api vorbereitungen das heißt ich schreibe jetzt in den kommenden wochen meine ganzen prüfungen in begriffen also deutsch habe ich schon fertig das habe ich jetzt diese woche also mittwoch jetzt gemacht heute ist ja der 22 vierte ich habe jetzt am mittwoch diese woche deutsch geschrieben eigentlich ganz gut schön interpretiert und das geht dann jetzt weiter mit mathematik das wird nun freitag jetzt die kommende woche geschrieben und ja da habe ich heute schon sehr viel gerecht schnitt mir fällt das leider noch nicht nicht so zu die ganzen formeln und auswendig zu lernen und so weiter wo haben wir denn holz 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 da drüben steht hier holzi holz und alles was das holz ist aber die tür scheint immer noch zu gehen das gefällt mir und ich habe hier schon ein monster irgendwo ich habe eigentlich auf easy gestellt so da hätten wir jetzt das gruppe schauen wir uns das mal von außen an mal hier rüber sieht eigentlich ganz cool aus wenn ich jetzt noch diesen cobblestone wegkriege und das dann auch noch irgendwie mit mit stone bricks oder mit sandstein das noch machen mit dem neuartigen haben wir jetzt neuartigen sandstein dann käme das nicht schlecht ich schaue auf die mini map da drüben haben wir sand dann hier oben so vielleicht so gerade hoch und dann geht spitz das kann ich ganz cool vielleicht bisschen rund lassen das ist jetzt mal gucken ob wir ihren mittelpunkt finden hier wäre dann der mittelpunkt ja doch das könnte man so zu einer art tor machen so dann wenn ich schon also ich zeichne das hier einfach mal zeichnen was heißt zeichnen ich tue das grob anreißen hier auf dem boden bisschen eng mal ranzoomen ist aus wie ein oval wir kürzen das alles hier ein bisschen ab das käme vielleicht besser ich fühle mich leicht genötigt in genötigt jetzt mit der musik kommt echt gepeiligt jetzt vor ja das ist rundlicher jetzt müssen wir das nur irgendwie jetzt hier implementieren in das holz ich glaube ich mache das noch eins hoch und dann mache ich erst mal so ein frame rundum man kann ja mal wieder essen da ist ein creeper gut ich habe schon sorge dass keine monstros sind weil ich habe nichts gesehen entschuldigt ich habe gerülpst da jetzt richtig schade jetzt war ich bisschen auf dem multiplayer fixiert ich wollte schnell ins lager teleportieren und sachen holen ja genau ins lager gehen und sachen holen aber es ist ja nicht multiplayer hier noch nicht mal der der annähernd gleiche server wie gesagt müsst einfach mal vorbeischauen ich habe let's plays jetzt am laufen das ist eigentlich immer so ein kleiner mix bisschen let's show und dann noch let's play sowas so dazwischen eigentlich ganz lustig und interessant da gibt es auch immer so rückblicke wie sich alles geändert hat in der zwischenzeit also es macht schon spaß auch generell auf dem server die community ist richtig gut ja ich versuche euch für den server zu ködern das ist mein auftrag ich werde dafür bezahlt nein ich werde dafür nicht bezahlt würde gern aber nein ich werde dafür nicht bezahlt dass ich jetzt na gut das wird ja auch schon einfach nur ingame währung oder materialien reichen ne irgendwas soll ich holen ach hier die slabs ach hier ist der na creeper hitman musik habe ich lange nicht mehr gehört wir brauchen jetzt zu viel glas glas kann man es mal brennen hier das nehmen wir noch ich weiß nicht ob wir glas paints nehmen und ich habe noch eine überraschung vielleicht kennt ihr das ja schon sowieso machen wir ein paar schöne steinchen ich bin zu blöd so erst mal nicht also skelly und schelettern wer ist jetzt auf mich fixieren na gut der stirbt ja dann eh wenn er ja solche kack tehen will da hat es denn aber ganz schön gestochen so ich baue jetzt einfach mal und versuche oder hoffe mal ich mache damit einen guten fang da wir jetzt schon sowas ähnliches gebaut haben oder fast ähnliches mir wird es am besten gefallen wenn der turm aus sandstein bestünde als wenn wir sandstein hätten aber ich versuche es mal mit creeper stone hier so creeper stone haben vielleicht kennt ihr das ja hier genau creeper stone das ist ein cooles cooles material macht spaß die ganzen creepy faces da drauf zu sehen eignet sich perfekt um akzente zu setzen in gebäuden einfach so vielleicht als ähm türbild monument wie auch immer man sich wie auch immer man das schimpfen mag so sowas in der art das ist das ist schön geil sowas aber vielleicht kann man das auch mal zum bauen nehmen das bücher ne gerade ebenso hm ja das wäre dann der turm hier ja ja so und jetzt hoch mit dem turm ich frage es nur wie machen wir so einen wechsel immer mit ich gucke mir das dann gleich von außen an ob das null ganz gut aussieht und ich glaube ich nehme jetzt den schön feinen sandstein hier so dazwischen hier so dazwischen hier runter oh wartet mal kurz ja weiter geht's telefon hat geklingelt von hier unten müssen wir das auch noch machen jedenfalls hier das holz und dann wäre ich eigentlich dafür das dazwischen hier mit äh glas zu machen dass man hier so eine etage hat eine ganz coole aber ich guck mal das erstmal von außen an mal sehen wie das so aussieht ob das in ordnung ist oder nicht ich baue hier ja bitte nichts zu ändern bisschen kastig das stimmt schon aber ich glaube wenn dann der turm dort oben ist dann hat das schon eine coole architektur hm vielleicht da noch treppen dran bauen ne ist ein bisschen zu viel oder hm ein bisschen kastig das stimmt das sieht echt kastig aus hm vielleicht die ecken eins runter setzen vielleicht bringt das ja schon viel weil so kastig sollte es ja nicht wirken ich glaube das das daran kann ich mich noch erinnern dass das erwähnt wurde in einem kommentar dass es nicht kastig ausschauen soll ähm deswegen versuche ich das jetzt hier ein wenig zu beachten dann da hocken sie creeper zombie und skelett was die wohl da drin treiben gibt es doch nicht hier und ja gucken wir mal nach außen ha wisst hm so drüben ist ja auch noch ein turm ja doch sieht eigentlich schon interessant aus interessant dann macht man hier noch ähm weiß nicht sandstein könnte man noch da so neben die holz stämme machen und fenster dort nein das wäre eine idee jetzt müssten wir nur irgendwo sand schaufeln denn ich habe keinen sandstein mehr nur diese vier dinger und creeper sandstein wollte ich nicht nehmen denn ich wollte diesen klatten nehmen diesen hier der käme doch mal nicht schlecht der käme echt nicht schlecht ja und dann so rundum und dann ja glas das wäre nicht schlecht finde ich das ist erstmal sandschaufeln ich weiß jetzt nicht wo man sandschaufeln könnte sind das sandflecken oh ja es ist von reis minimap ach schaufeln wir dann einfach das hier weg müssen wir jetzt aber vier mal so viel abbauen bevor irgendwie ähm bis wir dann genügend sandstein hätten da wir ja vier sand für also vier stacks sand für ein stack sandstein benötigen und das ist ohne eine wüste bisschen kacke also die location ist schon ein bisschen schwierig hier doch nicht unbedingt schlecht finde es interessant ähm ui sandstein juhu noch mehr sandstein verschandeln wir mal schön die gegend hier ach das macht doch spaß hier alles zu verschandeln ich bin jetzt gar nicht mehr gewohnt single player zu spielen ähm dass es so lag frei geht das alles ist so wunderschön so schön ruhig und und chat ist nicht ständig voll gebombt und ja ständig muss man sich mit leuten beschäftigen mit denen man sich eigentlich gar nicht beschäftigen will wo bisschen genervt wird aber es hat sich ja schon lange in grenzen gehalten ähm es gibt immer mal hier und da leutchen die bisschen bisschen ähm ja ich will nicht sagen unfreundlich aber bisschen überheblich rüber kommen überheblich das trifft es gut überheblich und gutgläubig hab ich keinen platz mehr doch hab ich noch viel platz oder was ich dann meistens nicht verstehen kann wenn es irgendwie Teleportationsanfragen einfach so verschickt werden und man weiß ja nicht mal warum und wenn man fragt dann wird einfach nur gesagt ich will mal zu dir gucken kommen gut was jetzt nicht mitunter immer immer falsch ist aber statt einfach mal schnell eine private Nachricht zu schreiben oder so ihr kennt es ja bestimmt seid bestimmt auch mal auf Servern unterwegs und spielt dort oder hier und da mal da gibt es ja bestimmt auch die Möglichkeit zu teleportieren oder? ja bestimmt und ja da kommt es dann öfters mal vor dass dann einfach so eine Anfrage stellt ohne irgendwie zu erwähnen warum und das ist dann ein bisschen lästig aber wie gesagt es macht sehr sehr viel Spaß auf Miners Heaven zu spielen ähm Admins und Mods also Moderatoren sind sehr freundlich Plugins sind auch sehr gute eingebaut zum Beispiel hier Chessjobs und ähm Worldguard, WorldEdit, Essentials, Fastbook eigentlich solche coolen Plugins die einen das Leben auf dem Server und in der Minecraft Welt wesentlich erleichtern aber nicht zu erleichtern sondern es eigentlich auch in manchen Dingen komplizierter machen ich will da also das ist ja Forcebook das ist ja eigentlich eine Redstone Vereinfachung jedoch kann diese Vereinfachung auch kompliziert werden da alle Redstone Schaltungen, Operatoren und so also Endgates und Orgates und XOrgate und Notgate und Nandgate und Endgate und all diese ganzen Gates ähm kann man in Schildern, in Schilder verpacken das heißt man muss nur ein ein Signal in die Schilder schicken und schon kann man durch einen anderen Schild ein Signal wieder durch einen Schalter outputten quasi der Schalter wird dann also man muss sich das dann so vorstellen, dass ich hier einen Block habe hier haue ich jetzt mein Schild dran hier den Schalter und hier die Redstone Verkabelung und da tut sich der Schalter dann umlegen weil ähm Block Block in Block Energie läuft sagen wir mal so und das kann mitunter dann echt kompliziert werden aber da sind auch Sachen möglich die hier im Singleplayer so an sich entweder extrem schwierig sind oder gar nicht möglich zum Beispiel ähm einen schönen Tag-Nacht-Sensor oder einen ähm Personendetektor das zum Beispiel nur Licht angeht wenn jetzt eine bestimmte Person jetzt meinetwegen ich selbst in meinem eigenen Haus dort hingehe und mich in einem bestimmten Bereich aufhalte dass da das Licht ausgeht und wenn ich dann irgendwie wieder rausgehe oder so dann geht das Licht aus also sowas ist eigentlich gar nicht mit ähm Redstone möglich jedenfalls dieser Personendetektor das ist das ist richtig Technik das ist ein cooles Plugin jetzt echt ähm also Tag-Nacht-Sensor ist möglich durch Graswachstum habe ich jetzt mal gesehen mich jetzt mal schon eine Weile her ich weiß nicht ob das heute noch funktioniert äh und zwar ist das möglich mit ähm Gras nur noch eine eine kaputt also man hat so eine bestimmte Apparatur ähm ein Butt-Switch da drinne also Block-Update-Detektor das ist möglich mit Pistons und ähm da wird dann da kriegt dieser Butt-Switch dann mit ob Gras gewachsen ist oder nicht und Gras wächst dann nur wenn eine bestimmte Helligkeit ist und die Helligkeit wird um einen Wert erhöht ähm sobald es Tag wird es ist Nacht ist dieser Wert knapp drunter oder halt niedrig oder aber ist es äh ne so ist es nicht ich glaube es ist so ich habe so einen Stuss gelabert gibt es doch nicht also ähm es ist so dass in der Nähe ein Grasblock ist und erst wenn es Tag ist wächst dort Gras und das geht innerhalb von einigen Sekunden also das dauert nicht so lange und so ist zu dieser Butt-Switch das erkennen ähm das klingt einfach ist es aber nicht also erstens muss man den Butt-Switch ordentlich hinbekommen also es gibt ganz kompakte Dinger aber die ähm diese Apparatur die muss so gebaut sein ähm das erstens mal Gras wachsen kann und zweitens ähm es sich äh wieder resetet die ganze Apparatur also der Butt-Switch muss sich ja wieder resetten und dann muss noch außerdem genügend Licht reinkommen sodass dieses dieser Tag-Nacht-Sensor überhaupt funktioniert äh das ist immer ein bisschen schwierig da zum Beispiel auf Servern ist es eigentlich fast nicht möglich da Server-Zeit immer länger geht als Singleplayer-Zeit und da kann das dann durchaus sein dass es entweder ewig dauert bis Gras wächst oder es passiert nie aber es ist cool aus das gefällt mir so und ja hier müssen wir irgendwie runterkommen ähm ähm jedenfalls ist diese Apparatur hier recht kompliziert und mit Forcebook haut man einfach ein Schilt hin Day-Sensor oder wie auch immer das heißt ich weiß es grad gar nicht und Day oder so steht hieß das IC keine Ahnung so eine Art denke ich mal und schnell an den Block dran der kriegt dann mit also am Block muss sich die Helligkeit ändern der kriegt dann mit ob es Tag ist oder Nacht ist oder ich weiß ja nicht mal ob es überhaupt mit der Helligkeit geht sondern einfach nur nach Server-Zeit dass es ähm direkt im Server ausgegeben wird welche Zeit gerade ist na ist sehr klar es geht ja von 0 bis 24.000 ich glaub die Ticks für die Tage für Tag und Nacht also ein Tag und eine gesamte Nacht bis zum Morgengrauen zu 0 und ja das wird dann bestimmt von diesem Schild detected und nicht mit Licht und so ja jetzt bauen wir hier weiter jetzt habe ich so viel Zeug gelabert was euch eigentlich bestimmt nicht interessiert hat und wir sind jetzt schon fast bei 30 Minuten und ja mach ich jetzt mal ein bisschen länger baue ich jetzt schnell noch hier an dem Turm fertig hoffe der gefällt euch und den anderen auch hier die auf der Welt spielen ihr dürft es ja jetzt anschauen natürlich werden hier noch ein paar Fenster hineingehauen in den Turm uiui äh brauche ich nicht brauche ich nicht so wir haben ja noch müsste ja nicht alles verschwinden vielleicht brauchen wir ja noch Cleanies irgendwie wenn wir hier Cleanies haben dann gibt es keinen Weg zurück mehr also wenn wir wenn wir hier meine ich Brickstone haben dann gibt es keinen Weg zurück mehr zu den Cleanies das ist dann schon bisschen doof müsste wieder umständlich brennen aber das dauert eigentlich auch ein bisschen Zeit dann machen wir noch eine Etage drauf und hier in die Ecken mache ich jetzt hier Creeper Face hin so ein bisschen mache ich jetzt hier und das ganze Gebäude hineinbringen äh wo haben wir denn der da sind sie so kommt der Creep Face Creep Creep und jetzt die Frage ist nur nach dem Turm wie der Turm aussehen soll ähm ich mache mal hier so eine gesamte Glowstone und ne kein Glowstone sondern Sandstone Streifen und dann schauen wir uns das mal von außen an dann machen wir schnell dann Leitern hoch und so ist alles kein Problem bevor wir was essen dann sterben wir bestimmt wenn wir jetzt hier draußen rumlaufen und die ganzen Skelettern uns wenn wir uns abschießen wollen das ist dann auch nicht schön ah ja meine Schaufel ist ja weg mhm so 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 jetzt nochmal den noch ein bisschen höher machen hehehe aah oh oh das war Schwein gehabt Alter Adrenalin Po ja hm ein bisschen komisch sieht ein bisschen aus wie ein Stempel mal sehen wie das wenn das Dach cool wird vielleicht kriege ich ja ein Zwiebeldach hin ich kann ja üben jetzt zum Singleplayer wo ist ein Zwiebeldach das wäre eine Idee ja ich ich probiere es einfach mal mit einem Zwiebeldach dort oben mach ich jetzt eine gesamte Fläche ähm Sandstone und dann würde ich mal kurz mit Erde ob sich so ein Zwiebeldach hinbekommen könnte und dann werden wir schauen weil das wäre schon richtig geil so ein Zwiebeldach hier oben na komm ich meinen Baukollegen ernst bin ich ihm ja dann ebenbürtig da kann ich ja auch Zwiebeldächer machen und das ist ja auch noch nicht mal für mich das ist ja kann man ja schon fast sagen Multiplayer nur man hat nur eine bestimmte Zeit online zu sein ja also wir haben haben wir denn die Mitte da ist die Mitte und Hilfe Spinnen ja so ähm das muss ich hier da mitmachen hm ich mach's einfach mal mit Erde mal sehen ob ich es teilweise hinkriege ah Schaufel ah ich muss ja Schaufel machen unbedingt scheiß drauf so erstmal eine Runde pro Ofen weil die Nacht gefällt mir da grad nicht wie spät haben wir es überhaupt? ah ok ich muss noch im Multiplayer noch bisschen was tun doch ich sehe jetzt erstmal das letzte Change wichtiger hm hm ja ob ich ein Zwiebeldach hin bekomme ist fraglich ich probiere es einfach erstmal mit Erde und wenn das dann gut aussieht von außen dann tue ich das Stück für Stück abbauen und wieder dran bauen so wie Zeit muss sein ich kenne also viele kenne und wieder Ja, dann kommt dann natürlich hier die Erde hin, was gerade ein bisschen ungünstig ist. Nun ja, egal. Ich glaube, ich mache noch eins raus und dann geht es spitz nach oben. Ja, da haben wir schon eine coole Basis jetzt für einen Zwiebelturm. Nicht schlecht. Vielleicht kennt ihr ja vom Kreml diese runden Dächer, die aussehen wie Zwiebeln. Das sind diese Zwiebeltürme, Zwiebeldächer. Und das versuche ich jetzt hier ein wenig nachzubauen. Ich bin ein kleiner Laie in dieser Bauart, in dieser Baukunst. Und das könnte mitunter ein bisschen schwierig werden. Die Erde ist gerade alle geworden. Ach, ist drauf. So. Ah, hier haben wir noch Erde. Die brauchen wir ja nicht mehr. Und jetzt noch ein bisschen Erde. Ah, da haben wir eigentlich Wolle. Muss ich jetzt mal nachschauen. Wo ist denn hier pflanzliches, tierisches... Uh, 47 Wolle. Vielleicht mache ich das ja auch nicht aus Wolle, sondern aus anderem Material. Mal schauen. Hm, vielleicht haben wir ja Dschungelholz irgendwo. Da könnte man das ein bisschen machen. Aber mal schauen. Und jetzt geht's dann wieder hier rein. Oh. Ja. Ungefähr. Soll das so reingehen? Nee, eigentlich nicht. So. Und ich aufpassen, dass ich hier nicht runterfliege. Wenn ich hier nämlich nach unten fliege, dann bin ich tot. Auslandslos. Gibt's keinen drinnen. Ja, ihr werdet mich jetzt bestimmt für bekloppt halten, da ich jetzt den ganzen Turm mit aus Erde baue und ich schon weiß, dass ich das abbauen muss und neu aufstellen. Aber... Ui. So, ist bauen nun mal. Mal ein bisschen probieren. Dann abbauen, dann anbauen. Ui, hier ist noch Erde. Die muss weg. So. Vielleicht kann ich euch ja damit ein wenig zufriedenstellen. Wenn jetzt der Rest unten nicht so gelungen ist, vielleicht kann ich das ja dann mit dem angedeuteten Zwiebelturm oder Rundturm etwas ähm mindern, diese dieser Unmut. Mhm. Das Coole ist ja, die Symmetrie passt ja von dem Haus ja ganz gut. So, noch Erde hier. Nur blöd, dass es jetzt hier oben eckig wird. Ah, wenn wir mal das sehen. So. Na, ich schau mir das mal von oben an. Von innen sieht's schon geil aus, muss ich sagen. Da hat er schon was. So mittig ist es. Und dann schau ich mir das von außen an. Und dann in der nächsten Folge baue ich diesen Zwiebelturm fertig. Oder dieses, diesen Rundturm. Mal sehen, wie er von außen aussieht. Und ja. Da hab ich ja jetzt endlich was. Ich will mich noch nicht umdrehen. Ich will noch nicht so... Hilfe. Hilfe. Oh mein Gott. Das sieht so hässlich aus, muss ich ehrlich sein. Ich glaub, ich muss das 3 hoch in der Mitte machen. Sonst sieht das kacke aus. Ich mach das jetzt noch schnell. Oder ich deutzwäßes an. Das 3 hoch sein muss. Von hier sieht das so episch aus. Also von da drüben ist das gar nix. Aber hier... Das ist bläde. Oh, schweib bläde. Mal ein bisschen sächsisch mit reinbringen. Machen wir das mal so. Bauen wir einfach dran. Ich baue das jetzt nicht ab. Also komplett ab. Sondern baue einfach nur dran. Hilfe. So, hoffen wir, dass wir uns da hier nicht noch mal verbauen. Und mir geht die an Erde aus. Oh, das wird meine erste Folge, die länger als eine halbe Stunde ist. Wir sind jetzt schon bei 42 Minuten knapp. Also ja, so ungefähr. So ungefähr. Vielleicht hätte ich das alles um 1 höher setzen können. Na, mal schauen, wie wir das machen können. Vielleicht kann ich noch ein bisschen mogeln. Mogeln, 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 mogeln. So, an sich fand ich das interessant, wie das aussah, diese Kuppel. Ich gehe dann mal runter und schaue mir das mal an. Von hier oben sieht das alles so groß und fett aus. Aber in Ehrlichkeit sieht das so scheiße aus. Na ja. Kann ich nichts machen. Ja, so. Zwiebel dort. Gehe ich mal nach außen und schaue mir das mal an. Und dann mache ich auch wirklich Schluss für heute. Vielleicht sieht das ja hier besser aus. Ich sehe nichts. Von hier unten sieht es schon mächtig aus. Hm. Jetzt müssen wir uns mal wieder auf eine Ebene wagen hier. Also, das wird jetzt nicht aus Erde bestehen bleiben. Ich bin hier. Zur XP-Farm. Ach, hier ist die Zombie-Farm. Ja, es ist schon ein bisschen klumpig aus, muss ich ehrlich sein. Hm. Wann ich, wenn mein Kollege das so hinbekommt? Schon cool. Na doch, ich belasse es so und mache es noch ein bisschen bunt. Dann kann ich ja noch ein paar Fenster reinmachen. Und gebe an, es ist ein Observatorium. Ja, also dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Bei dieser wunderschönen Musik. Hitman Blood Money. Und bedanke mich, wie gerade eben schon gesagt, ich habe schon wieder vergessen. Fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann mache ich diesen Turm fertig oder baue ihn noch ein bisschen um. Und ja, dankeschön. Euer Hanni0007. Tschüssi.